Leute, ein kleiner Einschub und zwar hätte ich richtig Bock mal auf ein Q&A bzw. ein Frage-Antwort-Video. Ihr könnt mal abstimmen, ob ihr das auch wollt. Und ja, wenn ihr das wollt, dann könnt ihr mal alle in die Kommentare ganz viele Fragen stellen. Und es wird nicht, keine Sorge, es wird nicht so ein langweiliges Q&A, dass ich einfach nur Fragen ganz blusch beantworte. Ich habe mir schon ein paar richtig coole Sachen ausgedacht, aber dafür brauche ich natürlich erstmal Fragen. Deswegen, ja, wenn ihr das wollt, dann schreibt ganz viele Fragen in die Kommentare. Ihr könnt natürlich auch ganz viele Kommentare schreiben. Und ja, let's go mit dem Video. Wir filmen jetzt gerade einfach nur mit dem Handy, weil wir gehen jetzt ins Jump House. Ein bisschen jumpen. Genau. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. 2000 Jahre später. Wir sind jetzt am Start. Wir haben jetzt die geilste Idee und zwar machen wir jetzt ein Battle of, äh, was ist das nochmal? Ein Battle of Wots. Battle of Wots. Genau. Und ja, wir machen jetzt ein kleines Turnier und mal gucken, wer gewinnt. Ja. 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 K.O. FATALITY K.O. FATALITY K.O. FATALITY K.O.